Zum Einleuten des Silvesters. Besteht aus 4 Virus, 8 Thunder Kong 2 der 9 Schale, 2 Leslie Gold und ein Sehner Blitzi in der Mitte. Das kann man wahrscheinlich nicht ganz so gut erkennen, aber das macht es. Bei mir erkennt es fast gar nichts. Ich hätte den Modus kennengestellten. Und wir haben noch einen Sputnik dabei, 2 Gazir und 4 Raketen. Damit läuten wir das Jahr ein und da verpissen wir uns schon. Nein, also damit läuten wir das ein und dann werden wir gleich pennen gehen. Da geht es mal Gamp, jawoll! Ja, ich stelle kurz an. Oh, das andere geht es raus. Genau. Sehen Sie das Schocki noch von Sebastian? Ja, Schocki. Ball ab. Ja, Mann! Ist es raus von mir? Ja. Der geht rum. Ja, war klar. Immer rum. Das kommt gut. Ich bin ja alles gut. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, das ist wirklich gut. Da kann ich auf dem Papier klappen. Boah, der Schall ist so gut hier. So, jetzt der Sputnik, ja? So, jetzt der Sputnik, ja? Weißt du... Weißt du... ... 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